So, nochmal ein paar davon. So, und zack. Zeit bleiben übrig. Gucken, wie viele ich jetzt von den Dings noch mitnehmen kann. Bevor ich wieder Overfull bin, sind da noch zufälligerweise welche. Sie hätten die ganzen Baumstämme hier auch liegen gelassen, also verstehe ich gar nicht. Wahrscheinlich einer, der nach Ästen sammeln wollte. Zu Bescheid ist noch nicht wusst, dass man das mit einer Säge macht. Typisch die Spinner. Also ich verstehe die nicht. Ganz ehrlich. Ist mir eine Nummer zu hoch. Oh nein, Inventar ist voll. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Okay, kostet ja auch nur noch 4%. Das ist interessant. So, dann sind wir wieder zurück. Wir können jetzt Kisten aufbauen. Wie viele haben wir denn? 6 Küsten mal eben. Ja, ist ja nicht so, dass das vor schwer war oder so, ne? Bauen wir sie mal hier mit auf. Okay, so, da können sie ran. So, dann nehme ich jetzt eben mal die ganzen Sachen auf und packe sie alle da rein. Okay, kann ich's mehr tragen. Schade. So. Äh. Machen wir zusammen. Machen wir da das ganze Dings rein. So, alles was mit Heilen zu tun hat. Vitamins hat auch was mit Heilen zu tun. Rage hat auch was mit Heilen zu tun. So, sehr gut. Möcht' echt wissen, was passiert, wenn ich ins Feuer laufe, aber ich trau' mich nicht. So. Zack. Warum kann ich dich nicht? Ach, zu schwer oder was? Sag ich mal, die hier eben. Äh. Drop all. Ha. Die Waffe ist mit. Mit mir. Yay. So. Genau, das hat irgendwie noch was mit Medizin zu tun. Gucken wir mal da rein. Das ist Munition. Äh. Waffe. Nochmal Munition. Waffe. Für mich Waffe. Auf die ein oder andere Art. Und Pfeile hatten wir irgendwo da oben schon, das weiß ich. Für das Hunting. Oh. Okay, da musst du da weg. Weil da jetzt die Pfeile reinkommen. Da hatte ich die Pfeile woanders. Nö. Ach doch, da hatte ich sie. Okay. Okay. Nimm sie da raus. Entschuldigung. Pack da wieder rein. Mann, 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 Mann. So. Äh. Okay, kann ich da nicht mit weiter reinpacken. Muss ich noch eine dritte Kiste aufmachen. So, das war's jetzt aber, ne? Ja, das war's. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt machen wir mal kurz Harvest. Mal eben ernten. Von dem Zeug, von dem ich ganz viel will. Wie viel Hunger macht das eigentlich weg? Jetzt will ich's mal ausprobieren. Warte mal, wir nehmen mal eben erstmal alle mit. So, so, so. Hungry, Hungry. Hungry, Hungry, Hungry. Hungry, Hungry, Hungry. Alles verboten essen. Ich frage mich nur, wo er die Packung her hat. So, machen wir mal eben so. Wie viel machst du jetzt weg? Lohnt es sich? Joa, lohnt sich schon. Ups, jetzt hab ich den zweiten gegessen. Ob ich das jetzt wollte, ist eine andere Sache. Aber egal, Hunger ist weg. Man kann immer noch genug machen. Drei? Ach, 25, okay. Wollte grad sagen. Was? So, jetzt kommt immer mehr langsam zustande. So, 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 so. Haben wir noch drei? Oh, ist Rainer mit. So, jetzt muss ich aber auch noch trinken. Einmal bitte wieder auffüllen. Danke. Und noch mal trinken. Dass das Wasser nicht vergiftet ist. Oder es wird dadurch Gift kriegen. Wundert mich schon ein bisschen. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich will mich gar nicht erst beschweren. So, jetzt machen wir mal die Wände. Wooden Ball. Brauchen wir wooden Pillar und wooden Frames. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Da liegen ja noch eine Menge Frames. Da liegen auch noch eine Menge... So, okay. Cannot live. Äh. Coffed all? Coffed all. So, war das jetzt... Wieso war das nicht? Pillar, das ist Support. Okay, warte mal. Ich brauche... Nee, das auch nicht. Ah, ich brauche jetzt mal Bretter. Nein. Tun wir das noch nicht an. So, mehr kann ich nicht. Äh, Crafting. So, und... War das... Nee, das war jetzt... Wir haben sogar elf Pillar. Na toll. Ich bin verwirrt. Ich komme mit meinem eigenen Inventar nicht klar. So. Äh, krass, mal so viel wie geht. Und jetzt haben wir 22 von den Pillars. Und... So. Und damit können wir jetzt wooden Wall machen. Nein. Puh. So. Wie viel haben wir jetzt? Fünf. Ja, kann man mit leben erst mal. Machen wir erst mal unsere Mauergrundzüge, ne? So. Zack. So. 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 Und so. Sieh dir das doch mal an. Da haben wir ja schon echt ne Menge geschafft, würde ich sagen. Und eine ganze Mauer. Schön, schön. So. Kann ich euch aufnehmen und euch zu Bräder verarbeiten eben mal. Crafting, so. So. Äh, so. Roten Pillar haben wir genug. Kauft all. So. Und croft all. Dann können wir gleich noch mehr Mauern machen. Mehr habe ich aber nicht, ne? Ne. Schade. Okay. So. Und die wooden Pillar. Nein. Oh Gott. So. Zack. Jetzt haben wir nochmal drei Mauern mehr. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Bretter. Die können wir ja eben mal nutzen. So. Und einen davon brauche ich. Äh. Wo bist du denn? Wo den Plates? Ja genau. Dies brauche ich jetzt. Mach ich mal jetzt so. Und mach ich jetzt mal so. Nö. Funktioniert nicht. Wo den Rambat? Hä? Ne. Was wollte ich denn jetzt machen? Äh. Wooden Wall und Wooden Support. Was war denn jetzt wieder Support? Ach das war Support. Ah. Okay. Nein. Wo ist das? Das ist Pillar. Pillar Pillar. Wo ist das Support Mist jetzt? Aus dem Fenster geschworfen oder was? Hä? Ach Leute. Da. Wooden Support. So. Her. Zack. Rein. Mit dir. Und rein mit dir. Und einmal kraften. Zack. Bäm. Es geht doch. Ach. Was ist denn daran jetzt so schwer gewesen? Mann, 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 Mann. Äh. Ja. Die haben wir ja schon noch zwei. Dann nehmen wir das. Crypt. Nee. Okay. Haha. Sieh mal an. Ich hab ne Tür. Krieg nur noch die richtige Tür drin. Nope. Yup. Und da rein. Und einmal hier hin, ne? Nein. Natürlich hier. Ha. Ja. So langsam wird's was. So langsam wird es was. Weiß ich nur nicht, wie man die Decke macht. Hm. Hm. Achso, das war das. Okay. Ich guck hier grad auf meine Liste, ob ich noch irgendwas machen kann. Decke, Decke, wo ist denn Decke nochmal? Ja, das war ja falsch gewesen, ne? Mit Wutten Pillar und Wutten Plattform. Ach, wie macht man denn Plattform? Seh ich nicht. Hab ich gar nicht. Hey. Ach, vier Wutten Pillar. Okay. Haben wir vier Wutten Pillar? Crafting. Nee. Nee. Hm. Hm. Überlege ich gerade. Überlege ich gerade Pillar. Wenn's Pillar nicht ist, dann muss es das... Andere Support? Nee. Auch nicht. Das macht gar nichts. Macht auch nichts. Das macht auch nichts. Mit der Säge? Auch nicht. Warte mal. Wutten... Ah, warte mal. Haben wir den Hammer? Hammer? Ich brauch den mal kurz. Was ist, wenn ich jetzt den Hammer... Vielleicht... Ich glaube mal eher nicht dran. Mit dem Wutten Pillar? Nichts. Und wenn ich die Axt mit dem Wutten Pillar? Nichts. Okay, war ein Versuch wert. Leider nicht. Leider nicht. Ich weiß nicht, wie man die Decke macht. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, jetzt können wir aber noch die Mauern im Prinzip weitermachen. Dafür brauchen wir Holz. Weil ich Holz brauche, lege ich mal hier jetzt alles ab, was ich nicht brauche. So, Drop All. Drop All. Drop All. Drop All. Support. Äh... Mach ich jetzt mal da. Ey. Ja. Drop. Und noch mal Drop, bitte. So. Die kann ich da. Und die kann ich da. Und die Stickies... Mach ich am besten auch da hin. So. Und die Foundation... Die mach ich mal. So. Und... Nö. Das wollte ich nicht. Nein. Nein. Ist die Aufnahme jetzt verkackt? Nein. Oh, Leute. Ich glaube, mir ist gerade ein kleiner Fehler passiert. Äh. Ich kann hier nichts mehr machen. Kann ich jetzt auf das Spiel? Nein. Ich komme nicht mehr ins Spiel rein. Nein. Okay. Tut mir leid. Damit muss ich kurz die Aufnahme beenden. Oder wahrscheinlich auch länger jetzt. Weil ich nicht nochmal aufnehme. Und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Yataro. Tut mir leid. Und ciao.